hallo und moin moin herzlich gekommen zu elders cross online morrowind ich habe mich breitschlagen lassen dieses spiel zu kaufen ich weiß gar nicht ob ihr bock habt dass ich hier die facecam macht keine ahnung schreibt es einfach unten in die kommentare rein die musik ist natürlich wieder schon mega episch allein schon am ladescreen und ich weiß dass es jetzt im alten tamriel spielt nicht die skyrim im skyrim sondern ihr wisst schon hier links ich bin bloß gespannt wie die aufmachung ist das heißt ob das wirklich so ein originales skyrim oder originales oblivion feeling ist oder ob das einfach so ein mmo ist wo man einfach das gefühl hat es hatte nichts mit dem originalspiel zu tun außer vielleicht die grafik und die gegend und ja jetzt laden wir erstmal die lade man kann bloß alter ist die musik laut moment 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 hallo sich audio musik aus alter ist die musik laut und zweitens ihr könnt bloß das spiel spielen wenn ihr euch auch morrowind holt ich voll die abzocke man weiß es vorher gar nicht also ich wusste es vorher nicht so das ist die anfängerrüstung champion rüstung geile sache nackt so wir machen natürlich männlich ach du scheiße schauen die hier kacke aus warte mal ich muss jetzt ganz kurz gucken euer name nesto so ich muss kurz gucken was dings hier genommen hat dunkelklinge nähe gibt es nicht dabei allianz ebenharz ach der hat ja noch gar nicht angefangen bin ich blöd so volk es gibt bretonne hoch ach das ist kategorisiert ok rot war drohne bretonne kaiserlicher kajit waldelf hoch elf was gibt es dann hier ich schwanke zwischen agonier und kajit ich schwanke zwischen agonier und kajit ich glaube das machen wir fast zauberer nachtklinge hüter templer was hat jetzt der dings genommen dunkelklinge gibt es gar nicht hat er gelabert aber was gucken wir ja dieser schreckliche meister der waffen nutzt die uralten akavirische kampfkunst tradition des kampfgeists und ziehe mit furchteinflößender magie in den kampf die er drückt zersplittert und die welt um sich herum physisch verändert templer diese wandernden ritter rufen die mächte des lichts und die segen der sonne an um ihren gegner massiven schaden zuzufügen hüter hüter sind die verteidiger der grünen sie sind meisterhafte geschichtenerzähler deren geschichte schichten über die natur magische wirklichkeit werden ok zauberer zauberer können aufrufungs- und zerstörungszauber benutzen um blitze zu schleudern was ist nachtklinge nachtklinge sind abenteuer und opportunisten mit der gabe ärger herauf zu beschwören und diese wieder zu entgehen sie setzen auf verstohlenheit klingen und geschwindigkeit nochmal vielleicht nehme ich doch was anderes hochelf ist doch für magie waldelf kajit rot war drohne ich mach magia ich mach magia definitiv zauberer äh sorry zauberer so muskulös sättlich hager ich mach die goldene mitte körpergröße ich bin groß erscheinungsbild ja ich sehe kaum bemalung aus am hals warte nackt ok das war das am hals ja ok das ist schon krass das werde ich fast machen so lassen wir alles hüfte gesäß jetzt ah gesicht ok ok c c gefällt mir bisher am besten ok f ich nehme das hundertprozentig so ok dann schauen wir mal ok oh gott das scheiße aus ja dann nehmen wir auch wieder die goldene mitte glaub ich alter ja wir machen ganz jung verziehung aus der bart ok ja das kotzt mich an mit der maus ne keine augenklappe ich glaube ich weiß was ich nehme das da nabenbemalung komm schon bitte sei das dabei was ich gerne habe ah deathcreen ah ne das geht schon in die richtung nein keine smoky eyes warte so stirn was ich sehe da keinen unterschied egal äh lassen wir wieder in der mitte ich glaube dann machen wir hell ok augengröße ne auch nicht ok was haben wir noch augenneigung augenabstand augenhöhe augenweite augenbraun ja jawohl das passt nein das brauchen wir nicht ich glaube das müssen wir uns von der seite angucken ach egal ja doch das gefällt mir schon eigentlich die ohren sieht man eh nicht so wirklich so erstellen so erstellen charakter wird geladen ich glaube das reicht auch erstmal für heute oder Ja, jetzt lasst mal die Charakterherstellung und in der nächsten Folge machen wir dann den Rest. Ja, also bis denn. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben da lassen und mit euren Freunden teilen. Also tschü-dü-dü.